Hallo, grüß Gott auf dem Hainershof. Ich bin die Tina Sigmüller, bin 46 Jahre alt, vom Beruf bin ich Steinmetzin und Sozialpädagogin und hier auf dem Hainershof arbeite ich auch noch als Bäuerin. Also der Hainershof ist ein kleiner Bio-Bauernhof hier in Franken und wir haben hier zusätzlich einen Kinderhort auf dem Bauernhof, den besuchen 40 Kinder aus den drei umliegenden Gemeinden, ein Schulbauernhof, wo die Klassen kommen mit dem Lehrer, hier übernachten und einfach in der Landwirtschaft mitarbeiten und eine Umweltstation, also eine Umweltbildungseinrichtung, die sich hauptsächlich mit landwirtschaftlichen und handwerklichen Themen beschäftigt. Die Kinder lernen so den Jahreskreis kennen auf dem Bauernhof, wie man was sät, wie was wächst, wie man dann was erntet und wie man es vor allem auch kocht. Und es wird dadurch auch begreifbar, wie viel Arbeit und Mühe in dem Lebensmittel steckt, bis das geerntet ist und auf dem Tisch ist und bis man dann ein leckeres Essen vor sich hat. Neben den zwei Gärten, die hier direkt am Hof sind, die eben, wo wir Feingemüse und Beeren ranziehen, haben wir die Äcker, die sind so ungefähr zehn Minuten entfernt zu laufen und da ist eben das Lagergemüse wird da angebaut und Getreide. Das Getreide haben wir zum Brotbacken. Das, was wir anbauen, verbrauchen wir hauptsächlich hier für den Betrieb. Das Klima hier in Franken ist sehr trocken. Also wir haben jetzt ein paar dürre Sommer erlebt, die wirklich auch Angst gemacht haben, die ganz lange Phasen einfach ohne Regen hatten, dass der Boden extrem trocken war. Gerade die schweren Lehmböden haben große Risse gekriegt und auch auf den Wiesen sogar, hat man es gesehen, im Wiesengrund, dass da richtige Risse sich aufgetan haben, einfach wegen der wahnsinnigen Trockenheit. Und das hat auch dazu geführt, dass wir nach Möglichkeiten gesucht haben, mehr Wasser auf den landwirtschaftlichen Flächen zu halten. Einfach eine Kühlung vielleicht auf die Fläche zu bringen, haben da auch an Bäume gedacht, weil die ja im Grunde genommen wie eine kleine Klimaanlage funktionieren und sind da auf der Suche nach verschiedenen Möglichkeiten eben auf den Philipp Gerhardt gestoßen, der Agroforstpflanzungen macht und haben uns mit dem eben in Verbindung gesetzt. Ich bin Philipp Gerhardt, ich bin 39 Jahre alt. Mit meiner Firma lege ich Agroforstsysteme und Keyline Wassermanagementsysteme in ganz Deutschland, Österreich und der Schweiz an. Keyline Design ist ein sehr alter Planungsansatz, der in den 40er Jahren in Australien entwickelt wurde, um Niederschläge aufzufangen und in den Boden zu bringen, da wo sie fallen. Hier vor Ort am Hainershof haben wir eben einen sehr, sehr schweren Boden, der sehr, sehr stark zu Oberflächenabfluss neigt und das ist eben auch die Problematik. Und das bedeutet, dass dieser Boden dann im Sommer auch sehr, sehr stark austrocknet, weil er eben gar nicht so viel Wasser aufnehmen kann. Das ist ein Stück weit auch der Bewirtschaftungsgeschichte geschuldet. Also wir sehen, dass hier immer noch sehr stark gepflügt wird und deswegen ist das, was wir jetzt hier machen, eine Mischung aus Wasser möglichst gut oben halten, Wasser verteilen, bewegen und das gleichzeitig auch noch gut bewirtschaftbar halten. Wir planen digital am Rechner mit geografischen Informationssystemen und haben dann hier ein Differenzial-GPS und bringen damit die Planung ins Gelände. Das Differenzial-GPS verschneidet mehrere Satellitensignale und Korrektursignale und damit haben wir halt eine hochpräzise Messung und können genau da die Gräben anlegen oder eben auch Bäume pflanzen, wo wir das geplant haben. Ein Großteil des Regens fällt in starken Niederschlagsereignissen und die werden eben immer heftiger. 50 Millimeter ist sehr häufig mittlerweile. Da müssen wir eben Gräben anlegen, Retentionsgräben, die das Einzugsgebiet verkleinern und eben von möglichst geringer Fläche Wasser sammeln und das dann aber auch wirklich aufhalten, so dass es, bevor es in die Gewässer geht, versickern kann. Also eigentlich für jedes Sommergewitter, was wir haben, bringt das was, weil wir eben das Abschwemmen vom Boden und das Verlorengehen von Wasser aufhalten. Vor Ort nutzen wir noch ein Lasernivellier, um dann wirklich auch mit sehr großer Genauigkeit eben die die Höhe richtig einzustellen, weil wir, wenn wir mit Wasser arbeiten, ja ganz gewaltige Kräfte bewegen und dann müssen wir eben lange Versickerungsstrecken ausformen und wollen dann eben auch eine nivellierte Dammkrone haben, sodass das, wenn es befestigt ist, gegebenenfalls auch überströmen könnte bei starken Niederschlagsereignissen. Und das können wir hier sehr schön sehen, deswegen haben wir hier diese Rundung, weil wir hier auf einer, ja eigentlich auf einem Hügelrücken stehen und von den ganzen Talflanken her sammeln wir hier das Wasser und das wird hier vorne versickert, wo es sonst noch trocken ist. Die Bäume, die wir hier pflanzen, die nehmen dieses Wasser auf, verdunsten ist natürlich, dadurch kühlen sie die Umgebung und die Ackerkulturen profitieren, sodass sie besser wachsen. Und die Bäume haben natürlich auch einen guten Ertrag, wenn sie gut wasserversorgt sind. So ungefähr pflanzen wir hier 50 Esskastanien, 50 Walnüsse, 50 Haselnüsse und 100 Papeln dazwischen. Das war so insgesamt bei 250 Pflanzen jetzt, 250 Bäumen. Wenn wir Bäume integrieren, dann haben wir natürlich nochmal einen ganz erheblichen Einfluss auf zum Beispiel Wasserdampf, auf Verdunstungsstress, Durchwurzelung, Versickerung und so weiter. Und deswegen arbeiten wir eigentlich fast immer mit einer Kombination aus Bearbeitung des Bodens, teilweise auch Erdbewegung und Pflanzung von Gehölzen. In Gesprächen mit anderen Landwirten, ob das jetzt konventionelle Bauern sind oder Biobauern, wird ganz klar, dass alle sehen, wir müssen was tun und wir brauchen einfach Instrumente, um mit dem Klimawandel umzugehen, um trotzdem, obwohl es heißer wird und trockener wird, Lebensmittel weiterhin produzieren zu können. Also wenn wir Keyline-Design und Agroforst hochskalieren und das wirklich überall machen, dann können wir echt was gegen den Klimawandel tun, weil wir eben den Wasserdampfhaushalt beeinflussen, natürlich die Kohlenstoffbindung in den Böden, in den Gehölzen, die ganze Vegetation wird aktiver und wir können dieses System, dieses Klimasystem wieder sanieren. Wir sehen uns beim nächsten Mal. 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 Tschüss. Tschüss.